Hallo und herzlich willkommen bei der nächsten Teamvorstellung, FC Augsburg. Hier haben wir das Logo, der Keeper, Marvin Hitz, so sollte ich die in der richtigen Reihenfolge lassen, Jan, Ingwer, Carlsen, Bracker, Ragnar, Klavian, dann die Kapitänskarte zusammen mit dem Stadion, einmal Kapitän Paul Verheik, SGL Arena, Marcel De Jong, Dominik Kaur, Tobias Werner, Jan Moravec, Alexander Eswein, Markus Vollner, Halil Aldintour als Starspieler, Tim Matawatz, im Sturm Raul Bobadila und Sascha Mölders, Nikola Djurdjic und als auch Defensivduo Ragnar, Klavian, Kla, Klavan und Jan, Ingwer, Carlsen, Bracker. Ja, das war der FC Augsburg Matchtext 2015. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.